Wer hat sich das nicht schon mal gewünscht? Dein eigener iPhone-Cover mit deinen eigenen Bildern. Die Bestellung ist ganz einfach. Du besuchst www.handycovers.ch und lässt dein persönliche Bild von deiner Festplatte nur. Nachher platzierst du es genauso, wie du es willst. Du profitierst von einem 5 Franken Rabatt, wenn du ins Code-Feld-Videogänge eingibst. Und wenige Tage später haltest du ein nigelnagelneues, qualitativ hochwertiges iPhone-Cover in deinen Händen.